Hey Leute, hier bin ich wieder. Anfang der Woche und schon geht's weiter. Ich hab hier den nächsten für euch. Jetzt wird's hart. Zwei befreundete Ehepaare spielten an einem Abend zusammen Karten. Horst fiel zwischendurch eine Karte zu Boden. Als er sich danach bückte, bemerkte er, dass Dagmar Antons Frau die Beine weit gespreizt hatte und keine Unterwäsche trug. Horst ließ sich natürlich nichts anmerken. Später, als Horst in die Küche ging, um Getränke zu holen, folgte ihm Dagmar und fragte, hast du vorhin unterm Tisch etwas gesehen, das dir gefallen hat? Horst, überrascht von ihrer Offenheit, bejahte und sie sagte, du kannst es haben. Es kostet allerdings 500 Euro. Nachdem Horst seine finanzielle Situation geprüft und alle moralischen Bedenken abgelegt hatte, ging er auf den Deal ein. Dagmar erklärte ihm, dass ihr Ehemann Anton freitags immer etwas länger arbeiten würde und Horst um 14 Uhr bei ihr vorbeischauen sollte. Natürlich war Horst pünktlich, gab ihr 500 Euro und die beiden trimperten etwa eine Stunde lang. Um 15.30 Uhr war Horst wieder weg. Anton kam wie üblich um 18.00 Uhr nach Hause und fragte seine Frau, war Horst heute Nachmittag hier? Ihr Herz raste wie verrückt, als Anton nachfragte. Und hat er dir 500 Euro gegeben? Dagmar dachte, das ist das Ende, setzte ein Pokerface auf und sagte, ja, er hat mir 500 Euro gegeben. Anton lächelte zufrieden und sagte, gut, Horst kam nämlich heute Morgen zu mir ins Büro, um sich 500 Euro bei mir zu leihen. Er versprach, dass er heute Nachmittag bei dir vorbeischauen würde, um das Geld zurückzubezahlen.